Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das ihr Boot? Sie steht auf Ältere, was? Ich pfeife auf die Liebe, verstehst du? Du musst die Dinge immer selbstbestimmen. Von da oben hast du es gut. Du bist zum ersten Mal auf einem Boot, obwohl du in Cannes wohnst? So ist es. Es gibt immer ein erstes Mal. Du bist ja eine Chefköchin. Wäre das nicht im Beruf für dich? Was willst du mal machen? Im Leben? Glaubst du denn, Sophia ist frei? Etwa nicht? Freiheit muss man sich auch hart erarbeiten.